Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei Next of Episode. Remember me und wir sind in Kanalisationen. Und haben wir neue Techniken erlernt. Das heißt stummelnd. Also sag ich so wie Bazooka das Schrott für mich ist. Macht echt viel Schaden. Wer denn den John Green? Okay, wir müssen den John Green kennen. Hey Nillen, wie läuft's? Wow, du und Edge haben die Kacke echt aufgerührt. Die ganze Stadt ist in Panik. Ja, scheiße ist wohl das Motto des Tages. Okay, okay, gut. Ich muss los. Ich glaube ich bin aufgestiegen. Auf nie vergessen. Okay, mein Fan. Wow. Aha. Puppen. Zeigen Zeichen? Ah, da sind Puppen. Yeah, Fokus. Noch eins, dann haben wir. Sind das? Äh, nicht ekelhaft, nicht folgbar. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, 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 äh. Ich bekomm schon voll Angst, von wegen... Okay, ich wollte die... O, okay... O, okay... ok da will ich nicht rein fliegen sonst ich wahrscheinlich sehe ich nicht so schön und schick aus gut das war mir ich muss jetzt das machen wir haben hier voll leben gut wir haben ihn gefunden das ist nur zu deinem ich bin verletzt ok geh die wagen entlang bis zur kabine und finde die notbremse gut das haben wir ja 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 scheiße was passiert wohl ich fasse nicht nicht und jetzt wo sind wir wir sind oh der zweite ist irgendwo gut verschickt glaube ich was war das wahrscheinlich eine neue mutationsform vielleicht eine neue art leaper sein geist wie ein brausendes meer aus leid und wut schnell raus aus der metro wer weiß was da unten lauert ok verlassen sie die u-bahn ist ich glaube ich glaube anfang waren wir hier ja ich war mir hier und ich war mir hier und ganz ganz am ganz am glaube ich erste kapitel wir haben die das aufgemacht und dann haben wir uns befreit echt das ist eben wie zu viele leute legt mich amarsch du arme ich habe gedacht werde was aber nein ist nicht da ok und jetzt nicht auch mü alter war nicht nett Ja, es klappt. Ja, es klappt. Okay, aber ein bisschen Liebe haben wir uns aufgeladen. Das ist auch gut. Moment mal. Leben. Genau. Weil das habe ich das verwenden und ich will jetzt das verwenden. Ja. Mehr Leben. Mehr Glück. Das war schön, gut, aber ich sehe keinen Sekt und ich habe gedacht, hier gibt es einen Sekt. Was ist hier hinten? Welcher Wahnsinn unserer Generation. Hier lebten einst Familien. Die Regierung vertrieb sie gewaltsam, um den Zahmischeldam zu bauen und die Bastille zu sichern. Okay. Okay. Okay, um was geht das? Okay Johnny, zeig wie du es gemacht hast. Gut. Die Bastille ist nicht weit. Äh, ja, ich glaube auf den Dach. Da will ich nicht so nahe kommen. Geächtete und elende Seelen. Da war es besser weit weg zu sein von der neuen Bastille. Okay, äh. Ähm, hm. Ähm, hm. Ich kann nicht mehr zurück. Scheiße. Oh. Verpasst. Und das ist ich. Kacke. Toll. Schon wieder verpasst. Ach du Scheiße. Nillen, was hast du an der Gepa? Gepa, Minen. Sehr gut, Nillen. Noch 97 mal fallen, dann hast du's. Oh, geschafft. Gut, Johnny. Jetzt nur nicht loslassen. Meine Güte. Deaktiviert. Yay. Kanal. ... 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 Roboter vernichten. Okay. Au. Wann kann ich aber? Wann ist es so max? Beist du denn rein? Muss ich schnell, schnell warten. Wann wird er sich aufgeladen? Jetzt ist ziemlich lauf! HI А! Ach du Scheiß Na spring endlich Oh good snow Du lässt mich eine Mal. Oh ja! Huh, das ist mir gefällig. Auch ohne, nicht ohne bei dir. Na komm, gehen wir zum Kanal. Endlich. Nach so einem harten Kampf. Stinkt das wahrscheinlich. So stark, dass der, sie musste hüsten heute. Heute, mir klug. Die Festung Bastille. Das berüchtigte Gefängnis Europas. Ihren Patienten wird das Gedächtnis bei der Aufnahme entzogen. Nach Absitzen der Strafe erhalten sie ihr Gedächtnis zurück. Ohne Erinnerung an ihr früheres Leben sehen die Gefangenen der Bastille keinen Grund auszubrechen. Diesen perversen Strafvollzug leitet Madame, die grausame Direktorin der Bastille. Als höchste Herren ihrer Hirne kann nur sie allein auf die Server in der Gedächtnisverwahrung zugreifen. Nach meiner Verhaftung war ich dort mit den anderen Erroristen eingesperrt. Nun schickt Edge mich zurück, um meine Kameraden zu befreien und mein geraubtes Gedächtnis. Zugegeben, die Aussicht auf eine Rückkehr dorthin erfüllt mich gleichzeitig mit Hoffnung und Schrecken. Hmm, gut. So, Kapitel 4. Ich habe es hier vernehen und hab, mir komplett unterliegen. Ich habe es etwas anderes gemacht. Ich habe es dich w firstly bei FeelsG acse. Kim? violateden Sie. Nur Madame hat Zugriff auf die Bastille-Gedächtnis-Server. Finde diese Hündin. Finde heraus, wie du da rankommst. Okay. Versuchen wir. Äh, gut. Du holst mich da raus und nun willst du, dass ich mich wieder reinschleich? Die Erroristen-Bewegung zählt auf dich, Nillen. Hack dich in diese Server und befreie ihre Schrohnen-Gedächtnisse und dein eigenes. So steigen wir aus der Asche und schlagen zurück. Drohnen. Und diesmal keine Remini-Szene, die hilft. Äh, na gut. Passier einfach, sag ich so. Ah, haben wir da. Schon. Das ist gut. Fokus. Nein. Ein Fokus mehr. Das ist gut. Und das ist gut. Und das ist gut. Und das ist gut. Oha! Ja toll! Einampf tot! Ojo ist klar! Ja ist klar! Oh scheiße! Oh! Scheiße! Komm! Oh! Warte! Nicht schlecht! Okay! Das war nicht so schwer wie habe ich gedacht! So gehen wir weiter! Und unter! Eine durch Liefer zerstörte Drohne? Das muss ein Kampf gewesen sein! Gegen diese Maschinen werde ich nicht ankommen! Gute Idee! Versuch das Detektionsmodul aus dieser kaputten Drohne zu retten! So Leute! Ich werde sagen! Das war's für diese Folge! Und wir sehen uns!